So, hallo, wir machen weiter bei LeFortnite und wir wollten eine Mission verfolgen und zwar Lauschgeräte setzen bei den... bei den... Wieso steht jetzt da oben, sammle Metall bei der Schrottschlucht, den Windrädern oder der Karosserieküste? Hä, wo kommt denn die Mission jetzt? Hä? Wo kommt denn die Mission jetzt her? Die habe ich noch gar nicht gelesen. Was? Die habe ich noch gar nicht gelesen? Ist das... Hä? Ich bin verwirrt. Die habe ich noch nie gelesen. Hä? Wo kommt die her? Was ist das? Was ist das und warum soll ich das tun? Ähm, kriege ich eine Waffe, ist die nächste Frage. Ja, danke. Danke für Waffe. Danke für mehr Waffe. Ah, ne, war keine Waffe, war so ein Harpoon-Ding. Das bringt mir eigentlich nicht so viel. Okay, jetzt haben wir Waffe. Die kann gleich mal raus. Okay, mehr Waffe. Jetzt wird das schon besser. Kasse plündern. Bombs. So. Außerdem haben wir im letzten Part die Tür gemacht in den Ruinen. Was auch cool war. Oh, da ist das Hammersturmgewehr. Das brauchen wir. Ne, hä? Wo ist es? Ach, das ist das Ding. Das ist nur gewöhnlich. Die will ich nicht mitnehmen. Die will ich tatsächlich echt nicht mitnehmen. So, machen wir es mal so rum. Okay. So, Frage 1, wo sind wir? Frage 2, wo müssen wir hin? Schlecht. Frage 3, wo sind jetzt eigentlich diese Dinger? Ach, hier oben zum Beispiel. Okay, da müssen wir hin. Gut. Das ist doch schon mal was. Wo ist da oben? Da oben ist da oben. Dann gehen wir in die Richtung raus. Dock. Noch eine Kasse zum Plündern. Easy. Easy Cash. Und eine Munitionskiste. So. Oh, und das ist auch sehr wichtig. Dann füllen wir uns gerade mal auf. Und dann fahren wir mit dem Auto da hoch, weil geht es schneller. Hoppala. Wollte ich nicht. Guck nur kurz. Hier sind Dinge. Aber passen. Guck da. Aber ist jetzt auch zum Glück gerade nicht besetzt, ne? Von Darth Vader. Nein. Hier ist Ruhe. So. 2 von 3. Kann ich hier noch eins platzieren oder muss ich jetzt woanders hin dafür? Oh, hier ist wieder die geile Waffe. Das setzen wir mal mit der Harpune auf jeden Fall. Genau, das ist die, die halt erhitzt mit der Zeit, ne? Aber unendlich Schuss hat. Ist schon cool. So. Dann war doch da auch mal so eine Mission, dass man verschiedene Transportdinger machen sollte. Ähm. Ne, wöchentlich war das, oder? War das nicht hier irgendwo? Kugler, Seilrutsche und Geil. Ach ja, Kugler, Seilrutsche und Geil ist hier. Okay. Da war dieses Ding nicht dabei. Ist in Ordnung. Ist das die gleiche Waffe? Ja, ist das Blastergewehr. Okay. Na, dann nützt mir das jetzt alles nix. Okay. Aber wo ist mein Auto? Da. Ah, dann können wir damit jetzt nämlich zur Zone fahren. Und eventuell... Da wäre noch so ein Ding. Eventuell da noch das nächste Lauschgerät platzieren. Versuchen wir es mal. Ist ein bisschen bis dahin, aber... Ja, machbar. Hui. Ah, nee, das Benzin geht runter. Schlechte Idee. Da verdienen wir zu viel Benzin. Machen wir mal nicht. Aber wenn wir eh in dem Gebiet sind, können wir auch gleich wieder auf den Schlürfpilzen eine Runde springen. Da haben wir nämlich auch wieder eine Mission. Dachte ich. Ist die schon durch? War das nicht bei täglichen Schlürfpilze? Erhalte Schilde von Sprungschlürfpilzen. Ah, da hatten die... Das war gar kein, oder was? Ach, weil ich keine Schilde erhalten habe, weil ich voll bin. Ah, scheiße. Okay. Ah, dann hat sich das erledigt. Hier war mal mein Bäumchen. Das heißt, ist jetzt mittlerweile auch wieder weg. Schade. Aber ist egal. Okay, wir wechseln mal das Auto, weil das ist gleich leer. Und dann erstmal die nächste Kasse. Okay, hier wurde schon geplündert. Ich bin weg. Tschüss. Jawoll. So macht man das übrigens auch in echt, wenn mal einfach... Ähm... Wenn mal einfach... Ja gut. Wenn mal einfach... Aus irgendeinem Grund kam gerade ein Level ab oder irgendwas kam rein. Ich weiß nicht, was passiert ist. Äh... Das wollte ich sagen, wenn mal einfach Benzin leer ist, einfach Auto wechseln. Das ist super. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zufällig der Ort, wo Darth Vader diesmal ist. Äh... Aber wir werden es gleich wissen. So, wir sind auf jeden Fall gleich da. Da oben ist es... Ne, ist aber nicht. Sonst würde das, glaube ich, so rot leuchten und alles. Oh, oh. Epische Frucht. Die muss ich auch öffnen für eine Mission. Wieso kann ich die noch nicht öffnen? Was ist los? Was ist da los? Okay, die ist noch nicht fertig scheinbar. Alter. Ich will doch nur Lauschangriff starten. Lass mich in Ruhe. So. Rein da. Klingt so, als hätte der Nullpunkt ein extrem mächtiges Relikt aus ihrer Realität zur Insel gebracht. So sieht's aus. Was haben wir hier noch hübsches? Schieß! 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 Aber da ist immer nur dieses Blastergewehr, ne? Was anderes ist da gar nicht drin. Ne. Also, das ist, das ist einfach die, die, äh, Waffe schlechthin davon. Jetzt gehen wir halt mal nicht auf die Nerven, meine Güte. Aber solange der mir immer nur Schild abzieht, ist ja okay. Und solange ich keine Munition verbrauche, ist ja auch okay. Da oben ein Vogel? Okay, ich bin zu schlecht dafür. Gut, ähm. Ja. So, jetzt wäre wahrscheinlich dann wieder die Geschichte, dass man Geräteverbindungen aufbauen muss. Genau. Haben wir einen in der Nähe? Nein. Schade. Dann hat sich das erstmal erledigt. Immerhin haben wir einen Schritt weiter gemacht. Ist ja auch okay. Einen Schritt weiter ist ja auch okay. So. Ähm. Wo ist mein Auto? Das ist unter, hinter der Zone. Da. Okay, ich käme eigentlich recht schnell ran, aber es hatte eh nicht mehr so viel Munition. Ich glaube, das lohnt jetzt nicht. Aber, genau. Ich wollte wissen, richtig. Dieses Sammlemetall. Wo kommt es her? Welche Mission ist das? Wo kommt es her, Sammlemetall? Hier steht's nicht. Hier steht's auch nicht. Bei täglich steht's auch nicht. Bei wöchentlich steht auch kein Sammlemetall. Hier steht's auch nicht. Es sind auch die Meilensteine. Bei Schnips steht's auch nicht. Wo kommt dieses Sammlemetall her? Hä? Seht ihr das? Das ist nirgends. Das ist einfach ne Mission. Sammlemetall bei der Schrottstucht, den Windrädern oder der Karosserieküste. Also, was? Und mal abgesehen davon, wo ist... Das ist ja... Ist das markiert auf der... Ah, scheiße. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Nein, ich brauch dich. Komm her. Ich rette dich und du rettest mich. Ist das ein Deal? Oh, oh. Ah, ganz schlecht gerade. Alter, ich will dir helfen. Alter, lass mich dir helfen. So. Das war jetzt nicht die beste Idee. Irgendwas habe ich gerade markiert und ich weiß nicht was und ich weiß nicht warum. Mein Setzling? In der Richtung ist mein Setzling? Okay, wusste ich gar nicht mehr. Good to know, I guess. Sheesh. Ich habe hier einen Setzling? What? Das ist mein Setzling? Seit wann habe ich hier einen Setzling? Aber okay, cool. Gehen wir mal den Kraut weg. Wenn wir schon hier sind. Was wächst das so? Oh, da käme sogar eine coole Sache raus, aber wir müssen halt weiter. Das ist das Problem. Wir müssen leider weiter. Ich kann aber schnell den Fisch konsumieren. Der gibt mir nämlich auch Energie zurück, was gerade wichtig ist. Ich nehme nämlich gerade massiv Schaden. Oh mein Gott, wir sind so weit noch weg von der Zone. Da kommt es jetzt. So, wir können gleich nochmal den Fisch dann konsumieren. Aber wir haben es gleich geschafft. Alles gut. Alles gut. Wir haben es geschafft. So, Fisch jetzt konsumieren. Gut. Dann haben wir nämlich fast keinen Schaden genommen aus der ganzen Geschichte. Okay, da oben ist einer. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Aber der hat mich noch nicht gesehen, im Gegensatz zu ihm. Oh lol, hier ist die Autorennstrecke. Gar nicht gerafft, dass wir hier sind. Ja, ich habe mich nicht bemerkbar gemacht. Alles cool. Okay. Schade. Oh, das war seltenes. Das gilt als seltenes Sturmgewehr. Oh, das gilt als seltenes Sturmgewehr. Sehr gut. Das hat er nämlich nochmal schön die Mission aufgewertet. Okay. Aber wo kommt diese Metallmission her? Ich bin böse verwirrt. Die taucht einfach am Rand auf und es lässt sich keiner anderen Mission von mir zuordnen. Das heißt, die wäre weg, wenn ich jetzt eine andere plötzlich verfolge. Na gut. Wir werden mal gucken. Vielleicht taucht die jetzt nochmal auf. Ich bin gespannt. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja. Was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen. Also wirklich. Was hatten wir vor? Ich habe es komplett vergessen, was wir vor hatten. Es ist eine Minute her, dass ich gesagt habe, das und das machen wir jetzt. Und ich habe es vergessen. Okay. Wenn es hier so leuchtet, so blaue Leuchte ist, ist an der Stelle immer Darth Vader. Okay. Verstanden. So ist es aber nicht, was ich rausfinden wollte. Ich wollte... Was wollte ich denn machen? Ach ja. Metall sammeln. Ey, guck mal, jetzt ist das weg. Jetzt ist dieses Metall sammel Ding, die Mission einfach weg. Jetzt ist wieder eine normale Mission da. Ich check das. Okay. Ja, dann hat sich das erledigt. Okay. Dann probieren wir jetzt mal folgendes. Wir machen jetzt mal diese Mission mit... Wo man Kugler und Dings und alles kombinieren muss. Wo ist das Kugler-Ding? Äh, war das nicht immer hier auf der Seite? Hilfe? Ähm, seit wann ist da ein Flugzeug? Was ist hier los? Das Kugler-Ding ist da drüben, ne? Ups. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen falsch. Ah, ist schlecht. Das ist schlecht. Da ist ein Kugler. Ja, so viel dazu. Ähm. Aber hier ist... Wait. Ist hier nicht eine Person, von der ich was kaufen soll? Kann ich von dir was Mystisches kaufen? Ja, hier, äh, 400 kostet dieses Ding. Dann kaufen wir es halt einmal. Weil ich soll eine exotische Waffe kaufen. Das war eine Mission. Jetzt habe ich eine exotische Waffe. Meisterschützen, Schießeisen. Und jetzt soll ich... Oh, stimmt. Ich soll eine exotische Waffe in einem Zelt verstauen. Ich brauche ein Zelt. Ich brauche ein Zelt, sonst muss ich das nochmal machen. Ich brauche jetzt ganz dringend ein Zelt. Oh, shit. Ich brauche jetzt ganz dringend ein Zelt. Kriege ich, finde ich hier drinnen irgendwo Zelte? Ich hoffe, ja. Okay, dann hat sich gerade geändert, was wir tun wollen. Wir versuchen jetzt ein Zelt zu finden. So, keine Tür da, mache ich mir eine. Kein Problem. Das heißt, die Mystische Waffe muss ich auf jeden Fall behalten. Die Mystische Waffe... Ja, ihr wisst, was ich meine. Muss ich auf jeden Fall behalten. So. Ich brauche ein Zelt. Normalerweise kriegt man die irgendwie ständig. Aber jetzt, wenn ich eins brauche, bestimmt nicht. Oder muss es ein Zelt sein, oder kann es auch was anderes sein? Lass mal kurz gucken. Verstaue einen mythischen oder exotischen Gegenstand in einem Zelt. Ja, gekauft habe ich jetzt einen mythischen Gegenstand. Aber das Zelt brauche ich jetzt halt noch. Das ist das Problem. Was ist denn das jetzt für eine... Okay. Ach, das ist so ein Sägeding. Ja, okay, komm, Abflug. Ich werde schon hier irgendwo ein Zelt finden. Alles andere wäre echt scheiße. Mir gefällt jetzt nicht so ganz, dass hier so ein Typ mit einer Säge rumspielt. Ich würde sagen, mir gefällt gar nicht, dass hier ein Typ ist. Jetzt sollte ich das so rum ausdrücken. Alter, was will der mit der Säge hier anstanden, die ständig rumspielt? Was ist seine Mission? Weil hier ist doch nichts, wo der draufschießen könnte. Da ist so ein... So ein Ding. Wenn ich den Typ finde, die Sting setze und dann den Schaden mache... Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Hilfe. Wo schießt der Typ? Okay, wir gehen jetzt mal nach der Kiste, die da unten ist scheinbar. Kein Zelt. Hallo? Da springt einer rum. Ich muss nur das Schild setzen, äh, die Arena setzen und dann den Schaden machen. Ich muss nah genug an den Rand. Und jetzt brauche ich Schaden. Muss ich einfach nur ein bisschen Schaden bei dem Typ machen. Wo ist der hin? Ich treffe nicht, ne? Ach, scheiße. Jetzt sind die 30 Sekunden auch gleich rum. Ach, fuck. Das hätte so gut funktionieren können. Na gut. Ja, schade. Aber leider habe ich auch kein Zelt. Hallo, was ist denn jetzt hier? Geh halt da hoch. Ich werde wohl auch kein Zelt mehr finden. Wahrscheinlich gibt es hier drin auch kein Zelt. Wird jetzt die Frage, wo man guten Zelten kommt. Manchmal sind ja auch schon Zelte offen. Oh, scheiße. Ähm. Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh, wir müssen da raus. Wir müssen da ganz dringend raus. Und ich hoffe, dass wir... Ja, wir kommen in die Richtung raus. Sehr gut. Sehr gut. Raus da. Raus da. Hoch, hoch, hoch. Und aus. Raus. Das ist nicht weit. Wir müssen nur ein bisschen raus. So, alles cool. War hier nicht auch manchmal ein Zelt in dem LKW-Ding? War hier nicht auch manchmal ein Zelt? Oder zumindest eine Piste? Was ist denn mit dem Hochspringen? Alter. Okay, dann gehst du halt nicht da rein. War hier nicht auch manchmal ein Zelt am Eingangsbereich oder so? Hätte ich gedacht. Nee. Weil der mit seiner Säge... Der schießt einfach die Säge wahllos durch die Gegend. Ja, gut, meinetwegen. Viel Spaß dabei. Kannst du ja mal machen. Kannst du ja mal machen. So. Ich hau ab. Ist hier zufällig ein schöner Set... Aber da können wir uns aufladen. So. Sehr gut. Wenn hier oben ein Zelt wäre, wäre das jetzt sehr cool. Oh mein Gott, da ist ein Zelt. Zelt setzen. Mystische Waffe rein. Gegenstand verstauen. Nee, nicht den. So, jetzt. Gegenstand verstauen. Ah, wir haben die Mission. Huhu. Okay. Und Gegenstand wieder raus. So. Ich habe noch nie verstanden, was genau ein Zelt... Ich meine, da kann man wahrscheinlich auch seine Energie... Okay, da kriegt man auch seine Energie zurück. Ja, ja. Okay. I see. I see. Und... Also, würde man jetzt, wenn ich... Muss mal was ausprobieren. Ich packe jetzt mal diese... Die Waffe da. Die packe ich jetzt da mal rein. So, zack. Das kostet... Kostenpflichtiges Verstauen. Kostet 100. Bau dein Zelt ab und ziehe los. Ah, dann kann man da wahrscheinlich auf der und Weise mehr mitnehmen oder so. Keine Ahnung. Ich check das nicht. Pff. 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 Oh shit, das geht sich... Das zieht sich schon wieder... Das zieht sich schon wieder alles hier zusammen. Ja, Abflug. Oh. Ei. Okay, oder auch nicht. Aber ich meine, ihn wird jetzt eh die... Die Zone erledigen. Ich wollte es ihm nur kürzer machen. Yo. Ich mach das Auto. Oh, da ist noch einer. Tschüss. Oh, knapp daneben ist auch vorbei. Macht aber gar nichts. Oh, wir müssen rollen. Wir müssen Steine rollen. Wir müssen Steine rollen. Wir rollen gleich mal eine Runde Steine. Wie weit rollt so ein Ding? 100 muss er rollen. 25. Roll weiter. 50. Roll weiter. Okay, jetzt hat er aufgehört. Ist da noch einer in der Nähe? 76. Okay. Das war not bad. Aber ich muss in einer Runde muss ich 100 schaffen. In einer Runde. Das heißt, ich brauch auf jeden Fall noch einen Stein. Irgendwo her. So, hier gibt es immer Greifarme. Das haben wir gelernt. Vielleicht kriege ich die Mission ja auch nochmal hin mit dem Seilzug, auch wenn ich die noch nicht verstanden habe. So wirklich. Was ich da falsch mache, dass die nicht funktioniert. Aber hey. Ist ja auch erstmal wurscht. Sie ist irgendwie aus der Luft an einer Seilrutsche. Also, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich da bisher falsch mache. So. Oh, guck mal. Da zeigt es was an. Was ist denn da? Pflanze. Ein Realitätssatkon ist da. Oh, ich habe gerade keins dabei. Das ist ärgerlich. Jetzt wäre ich gerade hier an so einem Gebiet, wo man eins pflanzen soll und habe keins. Kommt jetzt ja auch nicht auf die schnelle A1 ran, ne? Oder wächst da zufällig irgendwas? Nee, schade. Sieht nicht danach aus. Nee, das sieht alles nicht danach aus. Aber hier wäre das also, wo ich eins pflanzen muss. Der Meisterschütze hier wieder am Start. Das ist nicht so blöd. Machen wir so. So. Okay. Nicht, was ich wollte, aber ist okay. Ähm. Oh, die ist gut, die ist wichtig. Die nehmen wir mit. Die ist gut. Ja, sonst passt das hier. Ich frage mich nur, ob die Pistole als Pistolenschaden zählt. Deswegen nehme ich die ganze Zeit mit. Die Leuchtpistole, meine ich. Ob die als Pistolenschaden... Wieso ist hier... Was ist hier? Warum ist hier dieses Ding? Ist das zu... Ach, das ist diese Mission, ne? Das ist genau diese Mission. Okay. Ist das da oben hohes Gras? Okay, war schlecht dahin zu rennen. Wo ist der? Da drüben. Schade. Ich will wissen, ob das hohes Gras ist. Ja. Zehn Sekunden im hohen Gras. Okay, nice. Vier. Acht. Zehn. Das war's wert. Komplett dämlich, ich weiß. Ist wurscht. Ist egal. Wo ist die? Okay. Okay, egal. Ist egal. Passt schon. Passt schon. Passt schon. Oh, war sogar jemand anders. Okay. War sogar nochmal jemand anders. Aber wir haben damit die dreitäglichen Aufträge. Sehr, sehr gut. Okay. Wir haben das Zelt gemacht. Ja, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Kann man anbieten. Eine Runde machen wir aber noch. Eine Runde machen wir noch. Der Part ist mir noch nicht... Da ist die, die ich erledigen wollte. Naja. So. Eine Runde machen wir noch. So, ich hätte gerade fast wieder die Aufnahme beendet, anstatt die Pause zu beenden. Aber ich habe die Kurve noch gekriegt. So. Ähm, ähm, ähm. Was wollen wir tun? Ah, neue Verbindung aufbauen. Das wollen wir tun. Wir bauen eine neue Verbindung auf und zwar an der Stelle. Abflug. Das wollen wir tun. Wir machen Wipes weiter. Dum, dum, dum. Aber was man jetzt auch sieht, obwohl ich ja mehrere Wochen nicht gespielt hatte, man kann das Zeug auch wieder aufholen. So, das ist gar nicht mal so, oh mein Gott, hier sind so viele. Okay, ich will nur kurz eine Verbindung aufbauen, dann bin ich gleich wieder weg. Ich muss nur kurz diesen Kommunikator finden. Wo ist der? Nur schnell eine Verbindung aufbauen. Oh Gott, oh Gott. Äh. Da. Na, das ist das Ding. Hier. Genau. Okay. Was muss ich tun? Hallo, ich bin Kim, die künstliche Intelligenzmaschine des Wissenschaftlers. Ei. Ich bin dem Wissenschaftler besonders wichtig. So wurde ich programmiert und so soll es sein. Das Relikt ist im Besitz eines Darth Vader. Und wir können es uns nur gewaltsam zurückholen. Okay. Geht's jetzt auf Darth Vader, ja? Habe ich auch nichts dagegen. Problem ist, ich habe noch keine Waffe. Okay, dann lesen wir mal kurz. Wahrscheinlich jetzt gerade einer hier reinrennen. Wir siegen Darth Vader. Das haben wir schon mal gemacht. Lul. Okay, wo ist er denn gerade? Achso, das sagt mir das Ding jetzt nicht. Das muss ich jetzt wieder wissen. Ah, aber da, wo es blau leuchtet, da ist er. Das weiß ich. Die Frage ist, nur sehen wir, ob es so irgendwo blau leuchtet. Wahrscheinlich nicht. Oh, das können wir mitmachen. Okay, wenn wir es schaffen würden, zumindest das hinzukriegen, dann wäre das schon mal was. Schlecht. Ich habe noch keine Waffe. Ich habe noch nichts. Jetzt habe ich eine Waffe. Ich muss nur schnell Schaden machen. Irgendeinen kurzen Schaden, nicht viel. Nur ein bisschen Schaden. Okay, das muss doch reichen. Das muss doch jetzt diese Mission mit dem Scheiß Ding gewesen sein. Das muss doch diese Mission jetzt gewesen sein. Ich hoffe, das waren 20 Sekunden. Also, waren das jetzt genug? Das zeigt sich aber die Mission nicht an, ne? Aber vielleicht kommt es noch. Vielleicht ist es nur ein bisschen langsam. Weil da kommen gerade ganz viele Missionen da oben rein. Vielleicht kommt die noch. Komm schon. War das zu kurz? War das wirklich zu kurz? Wo war denn das eigentlich dabei? Das war bei wöchentlich, ne? Nein! Hinterhalb von 30 Sekunden, nachdem deine Taschenfestung... Ist denn echt 30 Sekunden vorbei gewesen? Ach, komm schon. Es hat nicht gereicht. Ach, das ist doch scheiße. Na gut. Was soll's. Was soll's. So, wo ist die Party? Da ist die Party. Und das ist mindestens seltenes Sturmgewehr-Dings. 999 von 1000! Willst du mich? Du willst mich doch komplett auf den Arm hier nehmen. Ich brauch noch ein... Einen... Einen Schaden mit dem Ding. Einen. Wo? Einen Schaden brauch ich. Ich lass die Waffe jetzt sowas von ausgerüstet. Ich brauch nur einen Schaden. Und wenn ich dafür draufgehe, ist mir egal. Oh, da wär' ne Steinkugel zum Rollen. Das kann man auch mit versuchen wieder. Vielleicht rollt die ja mal zur Abwechslung auch jetzt 100 mit einem Schlag. Das wär' doch was. Ich mein' die Ress hat einen relativ großen Radius zum Rollen, ne? Also so, das, äh... Könnte gut klappen. Oh, da wird geschossen. Entschuldigung. Ich muss nur jemanden treffen. Yes! Das reicht. Das reicht für die Mission. Zeig mir die Mission jetzt an. Danke. Und das Ding rollt. Aber es rollt keine 100 Meter weit. Oder? Oh, die rollt weiter! Roll! Roll weiter! Ja, roll! Roll, du räudiges Ding. Oh, shit. Geh mir nicht auf die Nerven! Mach dich weg! Okay, so. Okay, Steinkugel ist genug gerollt, glaube ich. Die rollt immer noch. Das muss zählen. So, wo muss ich eigentlich hin? Okay, ist gleich da drüben. Kriegen wir hin. Wo ist Darth Vader? Mann, ich hab den schon mal besiegt und da man... Und jetzt... Und jetzt nützt mir das nix. Egal. Hä, war da nicht grad einer? Ah, die war ein Tier, oder? Ah, die war ein Tier. Oh! Maske! Mitnehmen. Vielleicht finden wir zufällig noch die anderen zwei. Wenn wir schon hier sind. Hätte ich auch jetzt nix dagegen, muss ich gestehen. Noch zwei so Masken finden, wäre nicht schlecht. Halt, wir nehmen den mal mit stattdessen. Da ist ein Zelt. Aber das brauche ich tatsächlich jetzt nicht mehr. Ne, ich glaub, die andere Maske find ich jetzt nicht, aber ist egal. Können auch drin sein, die können auch draußen sein, die können überall sein. So, das ist... Oh, Pistole. Pistole müssen wir aber auch mitnehmen, weil wir müssen Pistolen-Schaden machen. Dann behalte ich jetzt mal die Pistole. Die andere Mission haben wir ja mit dem Maschinengewehr-Dingens. Das ist das Auto, ne? Ja, zu Kuhfänger. Die andere Mission haben wir ja mit dem Maschinengewehr. Dann gucken wir jetzt mal, ob wir vielleicht die Pistole fertig bekommen. Das wäre ja auch was. Komme ich hier raus, zu der Seite? Ne. Das ist schlecht. Ähm. Das ist vor allem deswegen schlecht, weil die Scheiß-Dings... Oh Gott, ich muss hier... Komme ich nicht... Das ist ganz schlecht, der Weg jetzt hier. Aber wir sind ja fast durch. Jetzt zeigt es mir die Maske gerade auf der Karte. Es zeigt mir die Maske auf der Karte an. Wie gut ist das denn? Ich meine, es ist jetzt energietechnisch nicht so gut, dass ich da hingelaufen bin. Aber es zeigt mir einfach die Maske auf der Karte an. Das ist ja noch besser. So, trotzdem muss ich jetzt ein bisschen rennen. Hm. Hm. Okay, hier müssen wir rein. Ich habe vollkommen aus dem Fenster geklickt. Okay. Aber wir haben Mission Pistole ein bisschen Schaden gemacht jetzt, ne? Wir haben Pistole ein bisschen Schaden gemacht. Aber es zeigt die Masken auf der Karte an. Das ist cool. Die... Das ist wirklich cool. Okay, wie lange nehmen wir jetzt eigentlich auf? 38. Okay, ja, hier schließen wir den Part ab. Ist in Ordnung. Wir gehen jetzt nochmal kurz ins Menü, weil ich schließe jetzt auch die Aufnahme ab. Und gucken... Und gucken mal, was jetzt noch alles fehlt. Ich glaube, wir haben einiges aufgeräumt in diesen drei Parts, die ich jetzt aufgenommen habe. Ich glaube, wir haben einiges aufgeräumt. Also erstmal noch zwei Level-Aufstiege. Sehr schön. Dann die Mission Indiana Jones abgeschlossen. Und hier irgendwas wegen wöchentlichen Auftrag wahrscheinlich. Okay. Na, guck mal. Als nächstes wären wir Indiana Jones. So. Ähm. Okay, der Rollbrocken hat nicht gereicht. Das ist ärgerlich. Wieso hat das... Ganz ehrlich, wieso hat das nicht gereicht? Das waren doch mehr wie 100 Meter, wo der hintergerollt ist. Na, vielleicht hat es nicht gezählt. Keine Ahnung. Schaden mit Pistolen, 240. Ladet man noch hoch. Perfekt. Es sind auch nur noch diese zwei Aufträge. Also kriegt man locker noch hin. Ähm. Da müssen wir jetzt Darth Vader besiegen. Irgendwo, wo er halt ist. So. Na, das ist das Ding. Wo er halt landet, müssen wir halt gucken. Haben wir schon mal geschafft. Ist nicht so schwer, den zu besiegen. Ist nicht das Problem. Täglich interessiert... Ach so. Ah, wir haben noch nicht drei abgeschlossen. Aber es interessiert jetzt ja auch nicht mehr. Mach jetzt nicht mehr. Passt schon. Passt schon. Das müssen wir noch setzen. Das ist halt einfach so mal zwischendurch. Die Taschenfestung. Das ärgert mich, dass das nicht gereicht hat. Ich dachte, das wären 30 Sekunden. Aber scheinbar waren es nicht 30 Sekunden. Das ist echt ärgerlich. Riesenpilze zerstören. Bla, bla, bla. Ah, das Sturmgewicht. Die Kopfschüsse haben wir doch noch nicht fertig. Siehst du? Das komische Seilrutschen-Ding verstehe ich noch nicht. Das ist auch ein bisschen albern, weil man muss halt von hier nach hier und dann nach hier so. Aber ist okay. Wobei, Seilrutschen sind da überall. Kugler. Kugler sind hier. Seilrutschen. Und Geysir ist eigentlich hier. Also man muss eigentlich nur von hier nach hier. Okay, das ist gar nicht so schlimm. Und dann halt in den Sets-Ding finden, wo eine mythische oder eine legendäre Frucht dran ist. Passt auch. Kriegen wir hin. Okay. Dann wundere ich mich nach wie vor, was dieses komische Ding war mit dem Sammle-100-Metall. Weil das ist einfach weg. Das war kurz da und dann war es weg. Keine Ahnung, wo das herkommt. Es war einfach da. Keine Ahnung, wo das herkam. Ich weiß es nicht. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.